Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch so eine Karte gestalten, so lässt sie sich aufklappen und der Beschenkte kann sie dann später hinstellen, das war jetzt schon fast der Vorführeffekt. Alle Maße dazu findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die blende ich hier unten ein. Ihr könnt nach wie vor alle Produkte bei mir bestellen und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne melden. Ich habe hier verwendet das Produktpaket Elegant Floral. Das findet ihr jetzt aktuell im Jahreskatalog, allerdings nicht mehr als Produktpaket. Das heißt, ihr könnt beides nur noch einzeln bestellen. Dennoch habe ich es hier und verwende es dementsprechend. Ich habe hier als Basis Farbe Brombeermousse genommen und aktuell gibt es auch immer noch ein passendes Designerpapier dazu im Onlineshop. Ich habe jetzt das gleiche genommen wie bei meiner Musterkarte auch, allerdings arbeiten wir jetzt in Calypso. Ihr braucht für die Karte an sich ein Stück Farbkarton in 14,5 x 10,5. Das ist das größte hinten. Dann braucht ihr drei Stücke in 13 x 9, die sind bei mir farbig. Dann haben wir noch drei Stücke in 12,5 x 8,5. Das sind die weißen und vorne auf der Front habe ich noch zwei Streifen Farbkarton. Die sind 9 x 1,5 und ein Streifen in weiß, der ist 1 cm x 8,5. Und um den Mechanismus hier, damit sich das einklappt, dafür nehmen wir Designerpapier in 30 x 14. Und damit fangen wir auch an. Gestempelt habe ich hier in Brombeermousse, Sommerbeere, Limette und Faungrün und diese kleinen Zweige habe ich in Aquamarine gemacht. Wir legen los. Eins habe ich noch vergessen. Geprägt habe ich vorne mit dem Prägefolder Lochstickerei. Das ist ein 3D Prägefolder. Auch den findet ihr im Jahreskatalog. Ich schreibe euch aber unten auch rein, was ich verwendet habe. Das Designerpapier müssen wir falzen an der langen Seite und zwar als erstes bei 5 cm. Denkt dran, Designerpapier sehr schön vorsichtig. Dann bei 10, bei 15, also immer 5 cm weiter und bei 20. So, dass von dem 30 cm Streifen hier auf der rechten Seite 10 cm übrig bleiben. Dann nehmen wir uns das Falzbein und falzen uns jetzt hier die letzte gezogene Falz als erstes. Und dazu klappe ich die 10 cm Seite einmal um. Achtet drauf, dass das hier an den Kanten schön bündig liegt. So, dann nehmen wir hier die zweite. Die geht in die Richtung. So. Auch hier drauf achten, dass das schön bündig ist oben und unten. Die nächste geht dann wieder in die Richtung. Und die letzte Falz, die jetzt oben liegt, die geht wieder in diese Richtung. Und so haben wir dann das das Hauptelement schon fertig. Das können wir dann schon aufkleben. Und zwar auf das größte Stück in 14,5 x 10,5. Das kommt hier drauf. Schön mittig, so dass wir rundherum den gleichen Rand haben. Und dann können wir es aufklappen. Einmal glatt streichen. Und dann nehmen wir uns die drei kleineren Stücke, bei mir jetzt wie gesagt in Kalypso. In 13 x 9. Das erste kommt hier mittig drauf. Wenn ihr mehr vom Designerpapier sehen möchtet, dann könnt ihr die Stücke natürlich auch kleiner schneiden. Das ist gar kein Problem. So, da kommt das erste hin. Und jetzt haben wir ja hier den ersten Knick. Den legen wir jetzt auf das Stück. Dann kommt hier das zweite hin. Aber nicht mehr ganz festkleben. Sondern das dürfen wir jetzt nur an dieser Seite festkleben. Ich lege mir das einmal auf den Kopf, so dass ich die unschönen Schnittkanten nach oben liegen habe. Lege mir das parallel zu dem anderen. Dann nehme ich mir einen Bleistift, mache mir zwei Markierungen. Ich bleibe ein kleines Stück von diesem Knick vom Designerpapier weg. Dann können wir uns da auch schon Kleber drauf machen. Und dann legen wir es bündig wieder auf die erste Lage von den kleineren Stücken. Und kleben das fest. An sich ist das keine schwere Karte. Es ist nur etwas mehr Schneidearbeit. So, dann haben wir schon die zweite. Und jetzt klappen wir es noch einmal ein. So, dass hier die letzte oben drauf liegt. Dann machen wir das gleiche nochmal. Wieder Bleistift. Markierungen setzen. Kleber drauf. Und hier bündig auflegen. Und somit ist an sich die Grundkarte schon fertig. Wir dekorieren jetzt noch ein wenig. Und zwar für die erste Lage innen, hier, da habe ich jetzt das grundweiße Stück Farbkarton, da habe ich einfach nur unten eine Blüte drauf gestempelt. Und ich sehe gerade, ich habe keinen Schmierzettel, da nehmen wir einfach mal hier den Zettel mit den Maßen. Das Stempelkissen in Kalypso. Da setzen wir uns einfach unten rechts oder unten links, so wie euch das gefällt, die Blüte mit drauf. Und das könnt ihr dann, wenn ihr es beschriftet habt, hier später hin kleben. Ich klebe das dementsprechend wieder später auf. Dann haben wir in dem Stempel-Set dieses große Blattwerk. Das stempeln wir jetzt und zwar auf die zweite in Faulgrün. Das ist das große Blatt. Und jetzt lege ich mir das so ein bisschen schräg und setze mir das einmal in die Richtung auf. Ja, und einmal in die Farbe gefasst, beziehungsweise auf den Stempel. Und einmal in diese Richtung. Und hier in der Mitte, wo sich die beiden Blätter quasi kreuzen, da setzen wir jetzt Blüten drauf. Und die habe ich auch schon vorbereitet. Ich muss mir gerade mal eben mein Muster hier vor mir vor mich legen. Hier auf dieser Etage im Endeffekt habe ich alles flach geklebt. Und da fangen wir mit der Blüte in Sommerbeere an. Auch die habe ich hier wieder in Sommerbeere gestempelt. Ich mache nur im unteren Bereich ein bisschen Kleber. Dann nehmen wir uns hier eins von den Blättern in Limette. Das kommt hier drunter. Die größere kommt hier hin. Und so haben wir hier die Verbindung, also da wo das Blattwerk übereinander gestempelt ist, haben wir dann schon mal weg. Und hier in diese große Fläche, da kommt dann noch ein weiteres Blattpaar hin gestempelt in Faungrün. Und hier oben. Ich glaube, ich bin insgesamt ein bisschen weit nach oben gerutscht. Ja, doch, der Zweig passt noch hin. Der kommt dann hier hin. Den klebe ich nicht. Also ich habe an sich nicht alles ganz fest geklebt, aber schon an gewissen Stellen, damit wir dann noch was drunter schieben können. Und so ist dann die zweite Seite letzten Endes auch schon fertig. Ich habe hier bei meinem Muster, weil ich den Platz jetzt hier oben noch hatte und auch unten, ich bin hier ein bisschen weit nach oben gerutscht, habe ich noch so unsere flachen Steinchen drauf geklebt. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da habt. Mir fällt aber gerade ein. Wir haben online exklusiv noch die selbstklebenden Libellen und Vögelchen. Die passen da gut drauf. Die sind auch schön flach. Oder unsere Schmetterlinge. Und ich habe es endlich geschafft, mir neue zu bestellen. Die packe ich jetzt bei mir drauf. Die sind wirklich, wirklich schön. Und da die Karte an sich ja schon etwas dicker ist, passen die hier hervorragend. Wie gesagt, ihr könnt auch die nehmen. Vögelchen und die Libellen. Ich bleib jetzt hier bei meinen Schmetterlingen. Wer mir länger folgt, weiß ja, dass ich Schmetterlinge sehr mag. So, und da wir jetzt hier unten eine etwas größere Lücke haben, nehmen wir hier unten einen großen und zwei kleine. Und ich glaube, dann lasse ich es auch schon so. Ja, sonst wird mir das zu viel. Und das können wir dann schon einkleben. Das andere hier brauchen wir gleich für die Front. Das kommt dann hier hin. Ihr könnt natürlich auch auf der zweiten Lage jetzt einen Spruch stempeln. Dazu noch. Je nachdem, was ihr da mögt, wie euch das gefällt. So, dann haben wir die zweite Lage auch fertig. Wie gesagt, das hier klebe ich ein, wenn ich es beschriftet habe. Beziehungsweise, ach, ich klicke es jetzt ein. Ich kenne mich, wenn ich die Karte dann erst an die Seite packe, bevor ich sie verschenke, dann geht mir dieses Stück Farbkarton bestimmt verloren. So, und jetzt machen wir die Front. Das heißt, das ist das dritte Stück Grundweiß in 12,5 x 8,5. Bevor wir da was drauf machen, prägen wir das erst. Und da nehme ich den gleichen Prägefolder nochmal. Lochstickerei. Der kommt aus der Produktreihe Landhausglück. So, dann brauchen wir die Stanzmaschine. Die große. So, und jetzt muss ich selber erst schauen, was wir denn für die 3D-Prägeform brauchen. Ich habe die Maschine selber noch nicht so lange. Ah ja. Die Nummer 1, also die Grundplatte. 3D-Prägeform. Da brauchen wir die Spezialplatte. Das ist die graue, die dunkelgraue. Ich habe ja sonst immer mit der Big Shot gearbeitet und gebastelt. Die habe ich auch noch, aber die verliert so langsam den Druck. Aber ich habe die Big Shot auch bestimmt 10 Jahre oder so in meinem Besitz. Sie funktioniert noch, aber gerade für filigrane Stanzformen und sowas, das war dann doch echt schon grenzwertig. So, geprägt. So sieht das aus. Ich finde diese Prägeform wirklich schön. Das kommt dann hier vorne drauf. Halt, stopp. Das kleben wir noch nicht auf. Da hätte ich jetzt beinahe einen Fehler gemacht. Wir brauchen erst noch Band. Ah, ich kann es jetzt so nicht mehr hier entlegen. Ein Moment. Ich muss gucken, wo meine Silikonmatte ist. Da ist sie schon. War natürlich in meinem Bastelwagen. Wir müssen hier, wenn ihr das machen möchtet, erst noch Band hinzufügen. Dafür muss ich es jetzt einmal auf die Vorderseite drehen und dazu jetzt auch die Silikonmatte, damit mir das nicht festklebt am Papier. Wir haben hier noch zwei Streifen in 9 x 1,5. Die kommen hier drauf. Einer oben und einer unten. Die können wir festkleben. Die gucken hier jetzt rechts und links ein bisschen drüber her. Das ist aber nicht schlimm. Die sollten gleich bündig abschließen mit dem Farbkarton. So, einen unten. Einer kommt nach oben. Ich glaube, ich habe die Streifen zu lang gelassen. Weil, wenn ich hier schaue, bei meinem Muster, da sind die auch bündig mit dem weißen. Hm. Ja. Die müssen 8,5 sein. Okay, dann schneide ich mir das Überschüssige ab. Das kriegen wir hin. Das klebt jetzt natürlich, ne? Das hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Also, das was übersteht, schneiden wir ab. So. Dann nehmen wir uns doppelseitiges Klebeband. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, oben oder unten. Das war jetzt natürlich ein... Oh nein. Jetzt geht's völlig den Bach runter. Ich habe jetzt die schöne Seite auf den Kleber gelegt. Oh wei. So, ich nehme jetzt aus dem Doppelpack Kombipack schräg gestreiftes Geschenkband in blütenrosa und weiß. Dann nehme ich mir jetzt das Weiße raus. Oh, 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 oh. Die einmal an die Seite. Und jetzt, Obacht, jetzt habe ich von beiden Seiten Kleber. Aber ich möchte das jetzt auch nicht nochmal von vorne beginnen. Das heißt, wir müssen es retten. Da habe ich schon so viel vorbereitet und dann geht's schief. So. Wand hinten einmal fest. Hier vorne, gerade über den Streifen, große Schere abschneiden. Und dann habe ich mir für vorne, und jetzt brauche ich meine Silikonmatte wieder, ein Schleifchen gebunden. Ein ganz kleines, süßes. Die Seite noch ein bisschen kleiner. So. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich hier jetzt die Schleife auch noch versaut hätte. So. Die kommt hier hin. Die werde ich mir später allerdings mit Heißkleber festkleben. Das heißt, ich lege sie nochmal an die Seite, denn meine Heißklebepistole habe ich gerade nicht hier. So. Und jetzt kann das aber hier drauf. Oh, 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 oh. Man denkt, man ist gut vorbereitet. Und dann passiert es doch. So. Dann müssen wir noch einmal stempeln. Und zwar auf diesen schmalen Streifen kommt jetzt der Spruch Glückwunsch. Der kommt auch aus dem Stempelset hier oben. und den stempeln wir im Kalypso. Und zwar schön mittig und wenn es möglich ist gerade. Ha. Puh. Hier drauf. Und den habe ich dann wiederum flach. Hier oben auf den Streifen geklebt. Ach, den habe ich jetzt zu lang. Nein. Okay, dann machen wir es bündig. Jetzt kann ich es nicht mehr abschneiden. Hier bei meinem Muster habe ich noch einen Rand gelassen. Oh, 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 oh. So. Jetzt dekorieren wir aber aus. Wenn mir da jetzt nicht auch noch ein Foupa passiert. Die Blüten, da gehe ich wie immer so ein bisschen grob mit um. Hier ist noch ein Blatt, das sich verirrt hat. Dann nehmen wir uns Dimensionals. Für die Blüten nehme ich jetzt die großen. Also. Einen großen in die Mitte. Also diese Packung Dimensionals will mich echt ärgern. So, die kommt hier auf die rechte Seite. Dann ziehe ich mir die Blätter wieder so ein bisschen über meinen Fingernagel. Dass die so ein bisschen hoch kommen. Und dann schieben wir die hier drunter. Dann habe ich noch eins in Faunggrün genommen. Das kommt da hin. Daneben kommt ein Zweig. Und nochmal ein Blatt in Limette. Und nochmal ein Blatt in Limette. Und dann haben wir es auch geschafft. Pleiten, Pech und Pannen waren auch dabei. Ich bin gespannt, wie ihr die Karte findet. Welche Farbe euch besser gefällt. Also mein Favorit ist definitiv Brombeermousse. Mein Schleifchen habe ich da hingelegt. Das fixiere ich mir hier jetzt gleich noch. Und dann sind wir für heute schon wieder durch. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.